Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, mein Name ist Moritz Bleibtreu. In diesem Fall Nappo. Für Peter Thorvalds neuen Film, Nicht mein Tag. Der kommt raus... Moment. Wann kommt das Ding noch mal raus? Am 16. Januar 2014. Und ich spiele auch mit Axel Stahl. Guckt euch das an. Das ist nicht nur dein Film? Du bist so arrogant, ey! Du bist doch satt! Satt ist der Bleibtreu! Wah! Nicht mein Tag! 16. Januar 2014! Im Kino! Mach die scheiß Kofferraumtür auf! Ich aussehen, muss ich pinkeln. Es gibt eine riesensauere Eihelrinne.